Aber es ist nice, es fehlt es ein bisschen. Ist jetzt das beste Spiel, was nichts kostet. Boah, Alter, was soll das denn? Ok, auf Entfernung geht es mit dem Ding einfach mal gar nicht. Aber ich halte ein bisschen näher herankommen. Kann ich meine Waffe wechseln? Was soll das denn? Ich schau doch direkt seinen Kopf. Ah, ich kann auf S. Kann ich? Nein. Ich schau doch direkt seinen Kopf. Ja, aber das ist gut für nichts. Ok. Ich brauch einen Baseballschläger. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Was ist denn hier los? Okay. Na komm schon hier. Bist du tot? Ich bin tot. Level Up. Was ist Level Up? Kann ich mich da noch ein bisschen tun oder was? Hyper Bullets. Was ist das? Ich kann aber nur nicht auf Beiklicken und hier kann ich auch nicht aufklicken. Was ist denn hier los? Canned Food. Ja, ich kann auch... Okay. Das Spiel ist ja schon mal gut. Load Backpack. Item Shop. Load Backpack. Brauche ich nicht. Ich will hier raus. Next. 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 Okay. Okay, jetzt verstehe ich es. Research. New Level. Done. Okay. Ich krieg das alles irgendwie. Ich bin da automatisch. Was ist denn jetzt meine Person hier? Oh Gott. Ich check das hier gerade noch nicht so ganz. Shooting. Was ist das? Incoming. Habe ich mit 1. Night Watch. Night Watch werde ich jetzt mal schnell abschließen. Das geht also nicht. Hyper Bullets. Equipped. Was ist das? Night... Night Shift. Was ist das denn? Play. Okay, das machen wir das mal schnell. Das geht ja jetzt nicht. Das sind ja Plattmann. Was soll denn das? Da sind sie. Die wird nicht. Ich mach erstmal die, die auch nicht zu tun haben. Was soll denn das? Ich mach mich gerade irre. Ich muss nicht den Kopf treffen. Ich mach mich gerade irre. Ich muss nicht den Kopf treffen. So. ... Ich mach accountable. Ich hab's nicht zu den, aber auch das los. So, was nicht zu den, was nicht zu den. Na! Ich hab's nicht zu den, was nicht zu den. Doppel-Floor. Ehrlich jetzt. Wollen wir die Hyper-Bullets benutzen? Aber natürlich nicht. Hyper-Bullets. Soja. Oh. Das ist sicherlich. Wo ist er? Hyper-Bullets! Bam! Nein. Da. Schale. 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 Komm schon, komm schon, komm schon, kommst du ihn weg, Mann. Komm schon. Komm schon wieder tot, oh mein Gott, muss ich irgendwas tunen, ich habe keine Ahnung was ich machen muss, aber es ist trotzdem ganz cool, das Spiel eigentlich, es geht bestimmt, okay, warte mal. Faster Bullets, kann ich das hier tunen, ah ok, ok, jetzt habe ich es gecheckt. Level 6 kann ich das wieder tunen, Level 7, ok, cool, kann ich alles einfach mal übersehen, was kann ich hier irgendwas reinziehen, nope. Buy Coins, nope. Was ist das? Was ist das? Ich kann Sterne kaufen, das kommt mir nicht, ich habe das schon. Buy. Warte mal. Ah, ich kann meine Sterne insgesamt, aber das ist nice.